Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Dead Effect 2. Und ja, wir haben beim letzten Mal Bill Hobbs nicht retten können. Und dann muss ich mich aber nichtsdestotrotz erstmal noch so ein bisschen sortieren. Okay, da ist nichts. Ich, ähm, genau, ich guck mal, was ich so alles gefunden hab. Oder wir können ja auch erstmal noch so ein bisschen reden. Ach ja, lass uns doch mal drüber reden, dass Danette bei Professor Wagner, äh, ja, aufgewachsen ist. Und, also der hat die nicht nur geklont, sondern, ja, quasi erzogen. Dannette meinte, sie war born on board, raised by Wagner. Ja, das ist wahr. Her existence came as a surprise. Wagner's personal toy clone projects were usually meant to make a more nightmarish monster. What else do you know about her? I don't know much more. There's one detail you should probably know, but you'll have to promise me. You won't tell her about it. It's nothing bad, but she would be annoyed. I probably shouldn't, but you have my word, Doc. I ran a gene sketch on her hair. I don't know how he got the material, but Heinrich used a genome that must have originated from his own daughter. Don't tell her. It's possible. She does not know about it. And I think for all her old fascination with her father's research, she really hates him more than anything. Now I wish you hadn't told me about this. Don't worry, I won't tell her. Ja, da hat jetzt also der uns ein kleines Geheimnis erzählt. Ich meine, das Ding ist, die steht irgendwie fünf Meter von uns entfernt. Also ganz bescheuert ist die doch nicht. Aber da ist die Frage, ob sie das weiß. Also Wagner hatte eine Tochter oder hat sie noch? Vielleicht gibt es sie ja noch, dass die auf der Erde lebt. Und er hat sie geklont. Nicht, ich habe ja schon gesagt, nicht, dass die gute Danette das Vermächtnis von Wagner oder das Erbe von Wagner fortführt. Das wäre, glaube ich, das wäre nicht so gut. So, was haben wir denn hier? Was zum Verkaufen. Wow, der Helm sieht krass aus. Und der ist auch deutlich besser. Oh ja. Da kann man nochmal mehr HP. Also alle Werte gehen hoch. Plus ein Prozent Loot Chance. Das ist auch nicht verkehrt, wenn... Weil ja die Zombies, die droppen manchmal was, aber nicht so oft. Äh, nicht sehr. Um Gottes Willen. Was mache ich denn? Equipped natürlich. Und dann wird der hier aber verkauft. Und der dann natürlich auch. Alles schlechter. So. Das ist auch alles schlechter. Dann kommt das weg. So, das kommt auch weg. Naja, da kommt dann schon auch so ein bisschen was zusammen. Okay, das hat mehr HP. Oh, die sehen ja geil aus. Also man sieht schon, am Anfang hatte ich weiß, dann grün. Und jetzt langsam habe ich alles in blau. Ich weiß nicht, was dann die nächste Farbe wäre. Aber das kommt jetzt weg. Und das kommt weg. Und das kommt weg. Das hier kommt auch weg. Dann habe ich mal Platz geschaffen hier. Und, äh, ja, ich weiß gar nicht. Man muss dann vielleicht auch kaum sich was im Shop kaufen. Kann man ja vielleicht mal machen, wenn man irgendwie gar nicht weiterkommt. Aber ansonsten findet man ja dauernd Sachen. Muss dann auch bei den Waffen mal gucken, dass ich, ähm, dann brauche ich mir da auch keine Waffe kaufen. Obwohl die eine, die ich mir gekauft habe, oder eigentlich beide, die sind schon geil. So, was haben wir hier? Strength Bonus. Ähm, das muss ich jetzt auch mal vergleichen. Ja, Movement Speed ist aber wichtiger. Deshalb kommt das weg. So. Was haben wir hier? Accuracy, Aim, Zoom. Ich weiß nicht, was da immer der Unterschied ist zwischen Aim, Zoom und Accuracy. Das verstehe ich nicht. Aber das hier scheint mir mehr zu sein. Deswegen verkaufe ich das mal. So, was haben wir hier? Energy. Regeneration. Ah, okay, da ist hier was drinnen. Deswegen ist das dann wahrscheinlich schlechter. Und das hier ist auch plus ein Prozent. Na, das ist dann das gleiche. Aber Level 1, Level 7. Da frage ich mich, ob das jetzt Level 7, ob das dann irgendwie besser ist. Naja, aber mit dem Teil hier ist das wahrscheinlich dann gleich. Naja. So, Accuracy plus, oh, das ist höher. Okay, die sind aber gleich. Accuracy Booster. Accuracy, Accuracy. Na, dann rüste ich doch das mal aus. Und das wird verkauft. Und dann haben wir noch das hier. Weapon Stabilization. Und was habe ich? Aim Stabilization. Ah, weil da auch so ein Ding drin ist. Naja, da ist das, was ich habe, doch besser. So, es dauert wieder so ein bisschen. Ich muss das aber halt so machen. Achso, ja, der hat noch gesagt, dass der arme Bill, der ist tot. Habe ich jetzt eigentlich das hier schon gemacht? Ja, ja, das habe ich schon gemacht. Und das kostet dann tatsächlich 32.000. Da muss ich sparen. Ah, da brauche ich jetzt erst mal keins. Könnte natürlich trotzdem eins kaufen, weil die hier dann noch billiger sind, als dann, wenn ich wieder Level up habe. Aber ich könnte doch hier noch was machen. Ich könnte hier noch mal Schaden verstärken. Das werde ich auch, weil die ist schon cool, die Waffe. Okay, jetzt wird es schon teuer. Aber ich glaube, das lohnt sich. Und Reload Speed könnte ich auch noch mal machen. Okay. Magazin sei es erst mal noch nicht. Weil das Nachladen relativ schnell geht. Ja, okay. Und dann gehen wir doch zu den Abilities. Ja, sieht so aus, aber wenn der Minikin irgendwie gesagt hat, wir brauchen den Bill Hobbs und jetzt ist der nicht da. Was machen wir denn jetzt dann? Ach stimmt, wir haben ja dann die Tools trotzdem geholt. Na gut. Oh ja, ich will was lernen. Warum sprudelt das hier so raus? Keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich, weil der voll aufgeladen ist. So. Weapons Web. Okay, wir können hier aber noch nichts machen. Level 10 brauchen wir. Wollen wir noch zwei Level? Hm. Weapons Web. Mach ich, glaube ich, auch noch mal schneller. Oder könnte ich hier noch was machen? Ähm, bum, bum, bum. Bullet Time vielleicht. Recharge. Duration. Das könnte ich mal machen. Das könnte, glaube ich, nützlich sein. Ich muss es aber dann auch wirklich öfters einsetzen. So, jetzt habe ich, Moment, von 6 Sekunden auf 7,2. Und auf 8,4 Sekunden. Das macht schon ein bisschen einen Unterschied. Okay. Dann, äh. Ja, mache ich, mache ich die nächste Story Mission. Offenbar könnte ich die machen. Oder ich mache vorher noch mal eine kleine Mission zwischendurch. Nämlich hier. Und, äh. Dann könnte ich. More Bullets. Blood Sample. Ja, genau. Das war die erste. Ah, da habe ich nur zwei Missionen. Automatic Turrets we're using for the defense of the base. Go through a lot of bullets. Ja, ja, ja. Okay, da muss ich halt wieder Sachen einsammeln. Und ich spiele das jetzt mal auf Level 8. Auf Medium. Einfach mal, um zu gucken. Okay, da gibt es ein Implantat. Wie ich mich da schlage. Wenn ich sterbe, dann, ja, meine Güte, dann sterbe ich halt. Ach, du liebe Zeitsoldaten. Das wusste ich nicht. Ich dachte, hier sind Zombies. Interessant. Aber sie haben mich noch nicht gesehen. Sonst hätten wir gesagt, Enemy Spotted. Hm. Okay. Also irgendwie dauert das Nachladen doch relativ lange. Ich habe es doch ein bisschen abgegradet. Aber irgendwie hat es jetzt doch einigermaßen lang gedauert. Okay. Wie viel brauche ich denn? Ach, okay, auch 10. Shit. Wo sind die? Die sind oben, oder? Kann das sein? Ich gehe mal hier hinten hin. Okay. Oh Mann, da werde ich viele Medipacks brauchen. Der ist da oben, okay. Ich weiß auch nicht, wie viele Soldaten das sind. Wint mal, ist das... Das ist aber alles oben, glaube ich. Okay, da ist Geld. Shit. Da schießt der natürlich durch. Aber er kommt nicht her. Aber er kommt nicht her. Oh. Der war sogar ganz gut, der Schuss. Interessanterweise. Von wo denn? Ach, da. Na komm. Der kommt bestimmt hier wieder zurück. Ah, den habe ich jetzt nicht erwischt. Aber oben ist auch noch einer. Wir gucken mal hier rein. Alter. Okay. Okay, jetzt kommt da einer. Aber der schießt natürlich... Wie kann denn der mich mit einer Shotgun auf die Distanz treffen? Ich weiß nicht, dass von hinten mal einer kommt. Aber die sind jetzt beide da. Ich treffe den nicht. Ich treffe den überhaupt nicht auf die Distanz mit der Waffe. Okay, da ist die andere echt besser. Ich muss wirklich so machen. Okay. Meine Güte, hast du mich erschreckt? Okay, aber ich muss mal hier oben weitermachen. Das Problem ist, die werden wahrscheinlich immer wieder neu spawnen. Das wird das Problem sein. Alter. Okay. Was kann ich gibt es hier in der Midi... So eine Midi-Station? Bestimmt, aber ich finde die irgendwie nicht. Alter. Hallo? Kannst du mal sterben? Gibt es ja gar nicht, ey. Okay, die halten jetzt echt viel aus bei Level 8. Ich bin schon wieder auf der falschen Seite, ne? Ich muss da drüben hin. Ja. 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 Ich bin schon wieder auf der falschen Seite, ne? Ja. Ja. Okay. 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 Oh Mann, ey. Ich finde das echt scheiße, dass ich hier keine, keine Dingen-Station finde. Jetzt genau, jetzt muss ich nachladen. Okay, da ist die Midi-Station. Boah, bis ich den mal treffe? Echt faszinierend. Ja. 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 Da sind sie ja alle. Okay. Okay. Ich brauche mal ein bisschen hier was. Okay. Aber ich glaube, jetzt bin ich auf einem guten Weg, den Rest hier auch noch einzusammeln. Denn so viel gibt es hier nicht mehr. Noch zwei. Okay, wo ist das letzte? Ist da hinten. Okay. Und dann ist es geschafft. Oh Mann, naja, zwei Midi-Packs verbraucht, aber wieder ein bisschen XP. Und Killed-Enemies, elf. Ja. Na gut. Credits found. Na ja, habe ich nicht alle gefunden. So, wir kriegen noch ein Reward. Ah, das ist alles schlechter als das, was ich habe. Dann nehme ich das und werde das dann verkaufen. Okay. Aber, dann bin ich jetzt guter Dinge. Das wäre, achso, ja, wir könnten mal gucken, ob wir von dem Geld nochmal hier die Medi-Kids kaufen. Und dann, ja gut, bei dem Tesla-Bolt, das mache ich noch nicht. Aber hier könnte ich jetzt mir das nochmal leisten. Okay. Und Accuracy wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Weapon Level Increased. Ach, das ist ja lustig. Das heißt, ich habe jetzt aus einer Level 8. Ah, ich habe jetzt aus einer Level 7 Waffe eine Level 8 Waffe gemacht. Und ich kann maximal eine Level 9 Waffe draus machen. Interessant. Da ist es mal interessant. Mythical Level 8, okay. Aber hier geht halt nur maximal Level 7. Das heißt, die muss ich dann irgendwann wieder... Ah, die müsste ich dann wieder loswerden. Aber ich finde das so geil, dass man da die Gegner sehen kann. Das wäre halt irgendwie geil. Das ist jetzt relativ teuer. Na ja, ich mache es mal. Und dann sprechen wir mit Danette, wie es jetzt weitergeht. Jane, do you feel better now?